Zur gleichen Zeit erreicht Peter Rothmeier und Heidi Matera der Notruf einer aufgebrachten Frau. Ihr Freund wurde offenbar schwer verletzt, doch beim Eintreffen der Beamten fehlt von ihm jede Spur. Sieht ja doch dramatischer aus, als ich dachte. Legst du mir am Ohrschall? Ja, ja. Okay, ich hab alles. Ei, ei, ei. Mein Freund ist weg, ich weiß nicht so. Oje. Sieht hier die Frau blank? Ja, ich hatte sie angerufen. Mein Freund lag vor ein paar Minuten noch hier, der ist hier. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Er lag hier blutüberströmt. Wir wollten uns eigentlich hier am Kiosk treffen. Ja. Ja, ich hatte dann... Sind Sie denn selber verletzt oder ist das Blut von Ihrem Freund? Nein, das ist alles von meinem Freund. Also er hat auch am Kopf irgendwie... Also ich hab nur gesehen am Kopf, ich hab sie gerufen, ich wollte die Krankenwagen rufen, den wollte er nicht. Ja. Ja, jetzt ist er weg. Aber wo ist er denn hin? Ich weiß es nicht, ich war vorne, um sie zu holen. Ja. Und ja. Also wie war das? Sie waren hier, haben sich getroffen oder was? Genau, genau. Ja, und dann haben Sie ihn schon hier so aufgefunden? Ja, er lag hier schon und ja, ist dann auf einmal, ich hatte sie dann gerufen. Ja. Weil ich halt wissen wollte, RTW und Polizei und so. Ja. Und als ich dann vorne war, um sie ranzuholen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Kommen Sie wieder und weg, Issa. Ja. Frau Blank, wie kommen denn hier solche Blutspuren zustande? Ich weiß es nicht. Das ist wie, als würde da was geschliffen werden. Oh Gott, ey. Wo geht die denn hin? Hier ist noch was. Wir schauen gerade mal. Aber der war so schwer verletzt, dass er so viel Blut verliert. Das ist nämlich schon eine Menge. Ja. Hier ist auch was. Das ist ja bei mir auch. Als die Beamten den Schleifspuren folgen, finden sie zwar nicht den Verletzten, dafür aber einen Wildpinkler, der offensichtlich keine Lust auf eine Konfrontation mit der Polizei hat. Bippes ein und kommen Sie mal bitte her. Ja, da war es schon längst drin. Ja, war längst drin. Gehen Sie mal zu der Kollegin. Gehen Sie mal zu der Kollegin. Was ist denn los? Gehen Sie zu der Kollegin, die wird Ihnen das erklären. Hallo, kommen Sie mal her. Ja, mein Gott. Das lassen Sie liegen. Das ist mein Skateboard. Hallo, kommen Sie doch mal her. Ja, aber ich weiß nicht. Aber höre ich immer zu Hause, kriege ich zu viel. Gehen Sie jetzt zu der Kollegin. Hier hin. Ja, sehr gut. So, stellen Sie sich mal hier hin, bitte schön. Mit dem Rücken, genau. Mit dem Gesicht zu mir. So. Das ist schon besser ausdrücklich. Ja, besser ausdrücklich. Das sind mir auch ein Herz hier. Sag Sie mal, Sie haben da ein bisschen Blut. Und das soll? Das? Nee, das gehört zum Outfit. Und das Blut hier am Skateboard gehört auch zum Design? Jetzt ist es ja sprachlos, ne? Ja, morgen. Nein, auch noch so. Das kann ich mir im besten Fall nicht erklären. Ist das Ihr Skateboard? Das ist mein Skateboard. Sag bloß, so. Und da sind Sie jetzt wahrscheinlich vorhin rumgefahren, weil das sind ja noch, ne? Also, ich weiß wirklich nicht, wo das Blut, ich meine es bei, ich meine es wirklich ernst, ich weiß nicht, wo das Blut her kommt. Wir meinen das auch ernst. Gucken Sie mal die Dame an. Wo ist denn meine Freundin? Der lacht doch da vor ein paar Minuten noch. Was ist denn mit dir passiert? Hast du schon einen Ausweis gefragt oder sowas? Nee, geben Sie mir mal gerade einen Ausweis und von Ihnen auch bitte. Die Beamten wollen zunächst überprüfen, ob die Blutspuren am Skateboard entstanden sein können, als der Wildpinkler durch die Blutlache gefahren ist. Die Version lässt allerdings Zweifel aufkommen. Gut möglich, dass ich da durchgefahren bin, ja, aber... Aber das klappt man doch. Aber jetzt mal unterscheiden. Ich bin einfach durchgefahren in Fullspeed und wollte einfach nur pinkeln. Ich musste wirklich, also ich hatte die Blase komplett voll. Ja, ja, haben wir alle verstanden. Spritstandard Blut so hoch, dass das an die Seite vom Skateboard... Nee, also das sind wieder andere Anpunktungen von den Spuren. Ist das auf einer Seite nur, die andere Seite auch, oder was? Die andere Seite nicht. Nee. Nein, nur auf der einen Seite. Ja, von unten ist mir das schon klar, aber oben ist es ein bisschen seltsam. Wann sind Sie denn hierher gefahren? Vor zwei, drei Minuten, also ich wollte mich kurz erleichtern und... Und Ihnen ist niemand hier aufgefallen? Hier lag niemand, als Sie hierher gefahren sind? Ist keiner weggelaufen, Blut überströmt oder sowas? Nicht, dass ich weiß, also... Sie hießen mal das Käppchen bis hier auf, bitte? Ja, klar, natürlich, ja, selbstverständlich, sorry. Mir ist noch ein bisschen kalt, also, aber... Ja, klar, kann ich mal. Ganz kappt, ja, klar. Ja, klar, natürlich. Mal gucken hier, mit dem wir uns da zu tun haben, okay? Äh, Sie haben einen Rucksack dabei. Ich würde da gerne einmal reinschauen in den Rucksack. Gerne mal. Bitte schön. Danke. Wir haben jetzt hier auf dem Packplatz den Herrn Klein getroffen, der Rubens Klein, der kleine Rubens. Und der hat hier das Skateboard gehabt, das ist voll mit Blut. Und jetzt haben wir hier auch eine Blutlache gefunden. Das Seltsame ist, okay, er ist anscheinend durch die Blutlache gefahren, aber wir haben hier noch Anhaftungen auf der Seite. Das kann jetzt eigentlich nicht davon sein. Sieht aus, als wäre das vielleicht eine Tatwaffe gewesen. Die habe ich hier vom Kiosk, die beiden Dosen. Zwei schöne, kühne Bierchen. Genau. Sie haben das Geld gerade abgehoben? Ich habe das gerade abgehoben. Und dann einfach in den Rucksack geschmissen? So bin ich eben, ja. So sind Sie, so gehen Sie um. Ach so? Der wollte auch da hin? Ja. Ach, okay. Ja, da würde ich sagen, dann gehen wir doch mal da hin. Ach, was ist das? Das ist Sturmkapp. Eine Unterhose. Das ist doch kein Unterhäschen. Ein junger Mann. Also ich kann doch einen Schlüpper unterscheiden. Jetzt sagst du mal, wo du sexy unterhässt jetzt. Genau. Soll ich mal vormachen? Würde ich gerne sagen. Und was soll hier dann durch die Schlitze dann kommen bei der sexy Unterhose? Ja, das können Sie entscheiden. Also so viel Fantasie habe ich nicht. Das können Sie entscheiden. Hast du die? Mach so ein Kindelf hier. So eine Kokolores habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nein, Herr, dann kann man nicht mal Stoff in seinem Rucksack tragen. Stoff im Rucksack grundsätzlich nicht. So, ich würde mal sagen. Ich meine damit Kleidungsstoff. Ach so, müssen Sie sich schon genauer ausdrücken. Meine Herren, was ist mit ihm? Die Kollegen sind auf dem Weg zum Bütchen, in den der Skateboarder angeblich eingekauft hat. Noch ist unklar, ob es sich um Diebesgut handelt und wie der vermisste Freund der Melderin in die Sache verstrickt ist. Ich stelle das jetzt mal hier ab. Keiner da, Heidi. So. Gut. Was ist hier? Siehst du da was? Ach, herrje. Oh, gute Auer. Brauchst du den Arzt? Geht's Ihnen gut? Oh, nee. Soll ich Ihnen aufhelfen? Ja, aufhelfen. Ach, was ist denn mit Ihnen hier? Ach, ich bin überfallen worden. Haben Sie so viel Bier getrunken? Nein, ich bin überfallen worden. Wie? Gerade. Wie, von Wilhelm? Ich kam rein und dann, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich rum und dann hat er mir eingegeben mit so einem Skaterollerbrett oder wie das Ding geheißen. Und dann bin ich auf den Boden geflogen. Ja, ja, wir haben ein Skateboard mit Blutabfall. Aber ich sehe jetzt gar kein Blut. Ja. Haben Sie da irgendwie richtig Paffen-Dotskopf gekriegt? Mach mal die Hand weg, damit die Kollegen gucken kann. Das ist er, der hat mich ja eher hier richtig so getroffen, dass ich eine Beule gegeben habe. Okay. Hinten, hier im Hinterkopf. Wie sah denn der aus? Das kann ich nicht sagen, ehrlich. Das ging so schnell. Hau sie den Notarzt? Nein, nein, nein. Ich muss ja weiterarbeiten. Ich habe ja gar keine Aushilfe. Was ist denn entwendet worden? Ja, Geld, gucken Sie mal. Ich glaube, viel Geld. Alles, was drin ist. Wie viel hatten Sie denn in der Kasse drin? Schätzungsweise. 400, 500 waren das bestimmt. Wir haben uns dann alle hier in den nächstgelegenen Kiosk da begeben, weil der Rubens hat so viel Geld. Zu uns gesagt, ja, er hätte dort dann wohl Geld abgehoben und das Bier gekauft. Ja, wir gehen da rein, da liegt ja schon wieder einer in der Eck hier. Liegt der quer mit der Bierkäste und jammert. Also heute ist wieder so ein Tag, ne, würde ich am liebsten home gehen. Hier wird hier, ist doch oft in Kiosken, Überwachungskameras oder sowas. Hier ist eine. Ja, das ist aber schon länger kaputt, da sieht man nichts drauf. Ja, aber die leuchtet doch. Ich glaube nicht, dass die das aufgenommen haben. Ja, das ist doch ein Lämpchen, das leuchtet doch. Wo kann ich das denn sehen? Ja, das müsste ich dann holen. Ja. Wenn es geht, würde ich Sie bitten, weil das leuchtet doch, das Lämpchen, ach du lieber Gott, ja. Mir tun die Knochen morgens auch so weh. 2.15 Uhr. Nee, nee, das finde ich hier oben. Ja, wenn mir morgens nichts weh tut, wenn ich aufstehe, bin ich tot, das sag ich dir. Ja, bei mir tut es auch manchmal weh. Ob die Bilder den Skateboarder endgültig überführen? Gut. Kannst du mal den Herrn da ein bisschen näher zu dir nehmen? Das ist ja mehr als eindeutig. So. Dann hat der mich ja doch überfallen. Jetzt gucken wir mal weiter. Ich will wissen, wie... Ja, gut ist da, ja. Also, Sie müssen gar nicht so keck sein, ne? So, ganz klare Kiste. Beschuldigte einer Straftat. Sie können, aber müssen sich nicht weiter äußern, ne? Ganz klare Kiste. Ich glaube, der wäre älter. Ich sag nichts dazu. So, der greift in die Kasse. Sehen Sie, wie er mir am Kopp gehauen hat mit dem Dreck? Ich will wissen, wer ist das noch? Jetzt nimmt er sich das Bier. Dann müssen Sie den auch festnehmen. Ja, jetzt... Warte, geht noch weiter, guck. Ja, haut doch ab. Jetzt sind Sie mal still, da geht es weiter. Wer ist denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Könnt das, vielleicht soll man die Dame mal gucken lassen? Vielleicht ist das, vielleicht ist das Ihr Freund. Ja, kommen Sie mal bitte rum. Guckst du mal grad? Gehen Sie mal hier rum. Ihr Freund wollte doch auch in den Kiosk, so wie ich das verstanden habe. Jeder meint, Kollege. Und da ist jetzt noch ein... Gehen Sie ruhig... Ja, kommen Sie, nicht so zaghaft. Ich weiß nicht. Oh Gott, ja, das ist Justus, das ist mein Freund. Das ist er. Das ist er. Ja, der war... Oh Gott. So, der ist ihm hinterher, siehst du? Der ist hinterher, so. Was hast du mit meinem Freund gemacht? Das würde ich auch gern wissen. Oh Mensch. Jetzt muss man natürlich sagen, die Frau Blank hat alles richtig gemacht. Die hat uns jetzt gerufen, ne? Und der Justus ist da hier reingedappt, zieht den da liege, den Ladebesitzer, und ist dem Täter hinterher gerannt. Ich meine, ist ja sehr modisch, aber der ist ja nicht ausgebildet, ne? Und man hat ja gesehen, er hat dann auch richtig paft die Fratz gekriegt, ne? Dafür sind wir natürlich da. Dann sind Sie auch nicht vermutet. Ja, Armin, komm. Wenn wir jetzt weitermachen, möchte ich wissen, wo ist, was ist mit dem Mann passiert, Ihrem Freund, dem Justus? Das möchte ich jetzt zuerst wissen, bevor jetzt irgendwas kommt. Dann fragen Sie ihn mal. Ja, hier, ich würde jetzt mal nicht rumeiern. Ja, nicht hin und her. Wer, wo ist er jetzt? Irgendjemanden schüttel ich jetzt gleich. Wo ist er? Der ist blutig, braucht vielleicht Hilfe? Ja, komm Armin, zeig mal. Der Freund der Melderin ist zwar schwer verletzt, kann aber dennoch Angaben zum Tathergang machen. Endlich fügt sich ein Puzzleteil an das andere. Ich habe einen jungen Mann, der kam mir entgegen und auf einmal habe ich was gespürt. Wo kam der Ihnen entgegen? An der Türe. Hier im Kiosk? Ja. Gut. Der kam mir entgegen, aber wir haben gesehen, Sie sind in den Kiosk rein, haben was bemerkt und sind aus dem Kiosk wieder raus. Ich bin hinterher, genau. Gut. Und dann? Und dann habe ich nur was gespürt auf dem Hinterkopf und dann kann ich mich an nichts mehr ändern. Könnte er Sie geschlagen haben? Kommt Ihnen jetzt die Kleidung bekannt vor? Die Kleidung kommt Ihnen bekannt vor. Aber an mehr können Sie sich nicht erinnern. Nein. Oh, ich war doch nicht bei. Sie sind ja die Unschuldigste generell hier im Grazkölle. Das stimmt. Dann erzählen Sie mal, was das ja so ein Wünsch ist. Ja. Ja, komm, ich werde jetzt hier, okay. Ja, dein Kind ist wie im Boden gefallen. Ja, eigentlich. Mitgehangen, mitgefangen und nicht eigentlich. Ihre Hände können... Ja, das war eigentlich deine Idee, aber ich habe... Das war meine Idee, jetzt schirm mal bitte. Ja, jetzt lass mich doch erzählen. Die haben mich gefragt, weil bei dir kommt eh nur... Dünnschiss war raus. Ja, wie gesagt, ja. Ja, also er hatte was Kostspieligeres vor mit seiner Freundin und da wollten wir ein bisschen, ja, hatten wir ein paar Ideen, wie wir ein bisschen extra Geld für ihn besorgen könnten. Und dann, ja, kamen wir auf die mehr oder weniger... So einen fingierten Raub, oder was? Geniale Idee, ja. Wir wollten die Versicherung betrügen. Ja, für was denn? Für 300 Euro? Die Versicherung. Also ich wollte jetzt gerade... Hören Sie mir doch mal zu. Das sind doch Pferds mit Kralle für die drei Brenunzen, die Sie da jetzt... Stimmt, jetzt passen Sie doch mal auf. Ja, ich fasse. Finanzamt liegt bei mir im Rücken. Die Bank der Dispo, ich kriege kein Set mehr. Der Lieferant sagt, das war die letzte Lieferung in diesem Monat, die ich überhaupt gekriegt habe. Wenn meine Mutter, die ist 71, mich zu Hause nicht unterstützen würde, dann würden die Mäuse bei mir im Kühlschrank Klickzüge machen. Ja, dann wäre... Jetzt habe ich noch eine Freundin mit, die wollte ich mal nicht in den Dombrik, das wäre sowieso zu teuer gewesen, mal eine Woche auf einer Lorca einladen. Ich bin in so einer Situation, ich kann nicht mehr. Bei mir ist jetzt auch eine Sicherung damit durchgegangen, aber die Idee kam von ihm. Der Skateboarder muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Er und der Kioskinhaber bekommen zudem eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat.